Oh nein. Oh nein. Oh der Zombie ist hochgekommen. Ach du heilige Neun. Oh nein. Oh nein. Hello Leute, ich bin Ava. Willkommen bei Alice Ava. Heute ist meine Mauer dabei. Hello. Willst du sagen, was wir heute machen? Wir spielen heute mal Der Boden ist Lava in Roblox. Bevor wir das aber machen, grüßen wir zwei von euch aus Avas Hashtag Club Ava Roblox Gruppe. So, das erste Shoutout geht an Ping Waffen 916 Fan. Hallihallo, mag dein User Name? Ich auch. Sehr cool. Und das zweite Shoutout geht an Brianna. Hallihallo und jetzt fangen wir erstmal an. Hier gibt es also ganz viele Spiele. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in dieses. Ja, weil da sind nämlich die meisten Leute drin, aber ich würde ganz ganz kurz bei Brookhaven gucken. Okay, dann schauen wir mal hier. Da ist 100 pro kein Brookhaven dahinter. Ich fall da jedes Mal wieder drauf rein. Ja, das ist nicht Brookhaven. Ah doch. So ein bisschen. Ja, aber es wurde nicht von Brookhaven gemacht. Nein, aber so ein Busy. Und jetzt bin ich Sonic für jeden Fall. Okay. Nein, wir spielen die andere Obby, aber ich finde das immer wieder witzig. Zumindest war es so ein bisschen Brookhaven nicht. Ja. So, lass uns dann erstmal reingehen. Okay, der hat auf jeden Fall, der schreit schon stark. Ja. Das scheint zu schmerzen. Übrigens, ich bin mit meinem eigenen Roblox Account nicht mit drin, weil ich so unfähig bin, Obbys zu spielen. Dass ich euch das nicht antun möchte. Auch, was war denn das für ein Spinningboard-Dingi da? Was für ein Spinningboard? Da, da, da. Das Glücksrad. Das Glücksrad. Ah, das kostet Robux. Achso, und da kann man dann so besondere Dinger kriegen, um... Ja. Okay. Ich würde sagen, Lama Town. Ja, klingt gut. Das sieht interessant aus. Okay, alle wollen zum Maze. Also, das Labyrinth. Das ist jetzt nicht so... Okay, also, wir gehen zum Labyrinth. Ja, das passiert, wenn man demokratisch abstimmt, ne? Ja, diese Person... Aber wo soll man dann hochspringen, wenn das Lava wird? Oh mein Gott. Ich bitte dich, wie soll das gehen? Hilfe. Ich versuch grad, zur Leiter zu kommen. Oh, okay, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Okay. Schaut mal, jetzt bin ich hier oben. Perfekt. Oh, die Lava ist aber so ein bisschen billig gemacht. Ja. Ich dachte, das wär cooler. So. Okay, und die anderen sind... Oh, der ist tot, glaub ich, oder? Ja, der wollte mich erschießen. Der hatte ne Pistole. Nein. Ja. Oh. Der hat's doch hoch geschafft. Aber dem hat der Hintern ganz schön gebrannt, ne? Ja. Oh, der ist gestorben. Das, ähm... Das arme Leib. Ja. Ich bleib einfach mal hier bei der Leiter. Ich bin jetzt hier oben. Okay, aber das ist ja auch so ein bisschen langweilig, ja? Warte mal. Oh nein, schau mal. Es kommt so ein bisschen hoch. Oh, oh. Also wenn es nicht... Ja, okay. Oh, okay. Ach so, und in der nächsten Runde muss man jetzt wieder abstimmen. Ich glaub schon, ja. So funktioniert das, glaub ich. Okay, das dauert ja ewig. Ja. Oh, hier sind so viele Dinger. Da drück ich da und drauf. Jetzt sind es nur noch wir drei. Okay, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Aber es waren noch angeblich 9000 Leute. Wipeout, not... Treehouse. Available. Treehouse. Yay. Okay, jetzt kommen alle wieder. Okay. Ich gehe jetzt hier in den Treehouse. Also auf diese Bäume zu klettern kostet Robux, oder kann man da Geld einsammeln? Oh, da kann man Geld einsammeln. Nur da würde ich jetzt nicht hochgehen. Ha! Ha! Ich hab's im Diamant geklaut. Da würde ich jetzt nicht hochgehen, weil das Lava ist ja so ein bisschen hoch... ...gerissen, so ein bisschen hochgekommen. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich da auf diesem Baum stehen würde, würde ich sterben. Hochgewissen ist gut. Mir fällt auch gerade das deutsche Wort. Ja. Und da war nicht ein. Hochgestiegen! Hochgestiegen! Schau, du steigst so hoch. Ja. Und weil wir so weit oben sind, schau mal, fast würde ich da draufstehen, bin ich jetzt tot. Und jetzt bin ich nicht tot. Dann würden dir die Füße qualmen. Ja, genau. Schau, das war eine gute Idee. Ja, stimmt. Das sagt das rothaarige Mädchen auch und hüpft vor Freude. Ja, deswegen stehen wir auch hier auf dem Fensterbatch, weil es ein bisschen höher ist. Oh Gott. Also, die Treehouse war eine gute Idee. Okay, also ich bin gut in dem Spiel. Oha, nice. Endfleute haben überlebt. Nett. Ja. Sehr cool. Oh nein, ich Survivals, also ich habe schon 11 Mal überlebt. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ach so. Ja. Oho. Weil da steht ja meine Points. Ja. Zombie. Komm. Nein, nein, nein. Der Zombie wäre cooler. Oh, okay. Ich bin die Einzige, die Ruckalanscher nehmen wollte. Ist halt uncool, ne? Was will ich dazu sagen? Ich weiß, was cool ist. Ich als Mutter... Schau mal, da ist ein Zombie, der mich dann töten will. Oh, wo? Da unten, siehst du den Jury in Zombie? Ach so. Der verfolgt los. Okay, ich werde hier, hoffentlich werde ich nicht sterben. Kann der Zombie da auch hoch? Nee. Das ist ja dann Double Troubles sozusagen. Ja, aber der wird jetzt eh sterben. Schau mal. Oh, nee. Oh, nee. Nee. Der ist immun. Ja, der muss ja in jeder Runde, wenn das gewählt wird, wieder aktiv werden. Nee, nee, nee. Nur in der Zombie-Runde. Das meine ich ja, wenn das... Oh. Sorry. So. Alles gut. Da steht jemand bei jemandem auf den Schultern. Aber das geht immer ganz schön hoch. Das steigt ganz schön hoch, das Lava. So, jetzt stehe ich hier ganz oben. Okay. Fall nur nicht runter, hey. Jetzt hüpfen die alle... Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, der Zombie ist hochgekommen! Ach, du heilige Neun. Oh, nein. Oh, nein. Und jetzt? Cool. Wie wollt ihr denn... Du willst den Zombie? Oh, mein Gott. Nur du hast überlebt. Ich blieb halt auf dem Zombie und weil die Zombies ja nicht sterben können und mich nicht attackieren können, wenn ich ja auf dem Zombie stehe. Das war natürlich jetzt clever. Jetzt hast du schon zwölfmal überlebt, obwohl wir nur dreimal gesehen haben. Boah, ihr habt alle verloren! So, ähm, Mansion. Okay. Konntest du dich nicht mehr daran erinnern, das schon gespielt zu haben? Ja! Oh, mein Gott! Du spielst zwischen Roblox. Oh, so. Ich dachte, ich wäre gerade so gefangen. Oh, da sind ein Haufen Leute. Ja. Warum haben da manchmal so Bläschen? Ach, das bedeutet, wenn man so respawnt. Ah, okay. Das ist einfach nur das Zeichen. Keine Ahnung, was ist eigentlich früher. Ich dachte, das wäre ein Schutzbläschen. Ne. Ein Schutzbläschen. Dachte ich früher auch, aber tut nichts. Ne. Ja. Tut nichts zur Sache. Ja. Und hilft nicht. So, dann klettern wir hier. Ja. So. Ja. Oh, jetzt kann ich nur nicht sehen, was passiert. Ja, das ist natürlich ein bisschen olle, ne? Das ist auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Warte mal. Ich kann hier aber dann... Oh, oh, die Lava kommt schon. Ey, lass mich raus. Das Lava oder die Lava? Das Lava. Die Lava. Das Lava. Schreibt in die Kommis jetzt. Das Lava. Oder die Lava. Ich sag ja die Lava. Das ist falsch. Das ist grammatikalisch falsch. Weil ich eine Mama bin, hab ich da doch immer recht. Das ist das Lava. Das Magma, das Lava. Oh, nein. Oh, bist du jetzt gestorben? Ja. Oh, nee. Nee, doch nicht. Rechtzeitig krank. Das ist, ja. Wow, ich bin der Töterlein. Okay. Voll der Streit Lava. Aber das ist das Lava. Weißt du, die Lava ist. Es gibt eigentlich keine Mehrzahl von Lava. Ist ja auch egal. Such dir lieber mal eine andere Oben, weil ich finde die nicht so toll. Weißt du, lass uns noch ein Ding spielen. Okay, Mushroom Village. Lava ist feminin. Der richtige Lava im Nominativ Singular ist also die. Nein. Richtig ist deshalb die Lava. Warte, ich mach davon jetzt noch einen Screenshot. Das klingt aber falsch. Oder noch besser. Deutsch heute lernen. Was ist das Lava? Die Lava. Nee, Google lügt. Google lügt. Vertrau nicht dem Google. Ach, liebt ihr das nicht, wenn die Eltern das nachgucken und dann auch noch recht haben? Jetzt nehmen wir mal ein anderes Spiel. Genau. Ja, dann gucken wir hier nochmal. Ja. Da gibt es ein neues Update. Wir wissen ja gar nicht, was Neues war. Schau mal, das ist das gleiche Spiel. Nein. Das habe ich noch nie gespielt. Okay, hier hoch. Okay. Ach, das ist schon die nächste Obi. Ja. Boah, mein Gehirn ist... Also ich weiß zwar die richtigen Artikel, aber schnell genug für so ein Spiel ist mein Gehirn nicht mehr. So. So, da oben kannst du nicht drauf auf so einen Pfeiler. Nee. Oh, die da unten sind gerade am abnippeln. Haha. Bye-bye. Wir hatten hochgehen rein. Ja. Ich weiß noch nicht, was denkt man sich dabei? Oder das sind so Leute wie ich, die ihr Roblox nicht richtig kontrollieren können. Ja. Und die hatten vielleicht gar keine Wahl. Ja. Außer erbärmlich zu sterben. Ja. Im heißen Magma. Oh mein Gott, ich wollte auf deinem Kopf stehen. Lass mich doch einfach. Ja, vielleicht... Du wolltest auch nicht, dass einer auf deinem Kopf rumhüpft. Ja, das ist anders. Und stell dir vor, die hüpft, um dich zu ärgern, runter ins Lava. Ist ja schon die nächste Runde. Das wäre super gemein. Okay. So. Hier sind noch längere Pausen als im anderen Spiel. Und zwar da... 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 Das... Ich sag das einfach so weiter. Das ist okay. Also. Jetzt müssen wir erstmal warten. Mhm. Für was habt ihr eigentlich abgestimmt? Also jetzt stimmt ihr ab? Ja, das ist im Prinzip das gleiche. Schon wieder ein Maze. Maze gab es auch im anderen Spiel. Das sag ich ja schon wieder. Was wollen die dir denn da ständig andrehen an Zeugs? Halt so Game Passes, aber mit denen kann man nicht viel anfangen. Aber die ziehen dir deine Roblox aus der Tasche, gell? So. Und jetzt geh ich da drüben hin. Ja, auf diese Dinger drauf, ne? Und guckst denen alle zu, wie sie abnüppeln. Haha. Haha. Da ist die Olivia Bonny. Ich wollte vorhin auf ihrem Kopf stehen. Und sie wollte das nicht. Jetzt steht sie extra auf so einem anderen Ding. Oh, guck mal. Du wirst nicht meinen. Nicht, dass die jetzt gleich knutschen oder so. Okay, noch dran. Ah, jetzt steht jemand anderes auf... Ach jetzt, nee, auf seinem Kopf. Auf seinen Schultern. Oh, okay. Der stört die Romanze, die sich da anbahnt. Okay, so. Also, ich bin froh, dass ich jetzt hier drauf stehe. Ja, wobei die Mauern hätten auch gereicht, oder? Oh, was ist das? Was? Oh, nee, doch nicht. Nee, die Mauern reichen nicht. Die Mauern reichen nicht. So, okay. Ich habe einen Burger. Ungetränkt. Das ist ja schon mal cool. Und du musst jetzt hier über die Dächer... Aber wie kommst du jetzt da hinten hin? Boah, das ist also eine richtig gute Frage. Ja. Boah, das ist aber auch eine richtig alte Map. Ja. Ja, da kann man so Nostalgie schwelgen, während Brookhaven in Flammen steht. Genau. Hallo. Oh, da war ich mir gerade nicht sicher. Leuchten die Treppenstufen oder ist das schon Lava? Ja. Also, kann ich irgendwie, ähm, hallo, hallo, wie? Wo willst denn du hin? I don't know. Geh mal zum Hotel. Da komme ich ja nicht hin. Wie? Egal. Einfach so. Okay, also... Mach das zu deiner Aufgabe, ob du es bis zum Hotel schaffst. Okay, wie komme ich jetzt raus? Aber sei vorsichtig, ich glaube, der Boden ist Lava. Was? Ja. Krass, ne? Oh mein Gott. So, okay. Okay, ich würde sagen, wir belassen es auch dabei und sehen euch dann. Bleiben nicht, bleibs dir lieben. Ciao.